Ich muss mich erst mal vorstellen, ja ich sag erst mal, hallo, hallo, ich bin's, ich bin der kleine Rotkopf und ich arbeite hier, das war eigentlich mein Kollege, der hat's aber leider ein bisschen zerbannert, das ist Igiti, genau, das war mein Freund Igiti, der liegt jetzt hier und ich sag immer nur, hi, Igiti, Igiti, so, aber ich will ja was ganz anderes machen, ich will ja heute mal zeigen, wie man einen Turm baut, da haben wir hier kleine, kleine, oh, schieb, 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 ich schaff das schon, ich schaff das schon, danke, das ist auch meine Helferin, Luisa, Luisa, guck mal in die Kamera, ey, das ist Luisa, die Helferin, die hilft dir immer mit, gut, aber jetzt, das meiste schaffe ich ja alleine, das meiste schaffe ich ja alleine, so, ich schieb mal in den kleinen Turm, oh, 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 das ist ganz schön schwierig hier, so, ja, ich schaff das schon, ich wollte doch sagen, ich schaff das, so, so, pass mal auf, jetzt, Luisa, kannst du mir hier nochmal ein Stück hinstellen, ich brauch noch ein Stück für meinen Turm, ja, ja, danke, danke, oh, schieb, 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 hallo, Igiti, oh, Mann, da liegt immer Igiti, oh, Igiti liegt hier rum, so, Luisa, jetzt, ich brauch mal Hilfe, der muss immer den kleinen, bitte hier den kleinen hin, auf den großen da raufstellen, ja, auf den großen, oh, 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 nein, jetzt alles, ach, ne, aber mehr in die Mitte, mehr in die Mitte, ich versuche mal zu schieben, oh, Mann, jetzt, jetzt, jekte, ey, Islo, so, 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 da liegt die Igiti, Sie. So, jetzt, hier, nochmal, Krieg, ich mal bitte noch einen Teil, kann ich mal bitte, oh, Mann, da wackelt der nur so rum. Frau vị debido als Freund, der Baum, guck mal, das, dann sting du mal so den stellen, wie soll ich mit ihm tanzen, so, wäre ständig mal, um, ständig mein Name ist rein, bisschen mehr, oh, du kleiner Baum, Oh, du kleiner Baum. Hey, aber, 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 was? Ich will ja noch was Rotes. Krieg mal bitte noch was Rotes hier. So einen roten Runden. Wir wollen doch nicht, oh, jetzt, ach nö, jetzt hab ich gehört. Jetzt guck mal, jetzt ist der hier runtergefallen. Och Mann, ey. Wie soll das, wie soll das mal ein großer Turm werden? Danke, danke. Du bist die Helferin, du hilfst dir immer gut mit. Und, ey, Mann, guck mal, das haben wir jetzt ganz vergessen. Zu filmen. Okay, Achtung, jetzt mal, ich werd den jetzt umschmeißen. Ja, Luisa? Okay. Achtung, mit drei. Eins, zwei, drei. Oh, boink. Aua. Nochmal. Eins, zwei, drei. Boink. Au, Mann, das ist gar nicht so einfach. Der steht ganz schön, ganz schön fest. Aber jetzt richtig. Achtung, alles schön filmen. Eins, zwei. Oh, ich bin hier bei Igittich schon wieder. Iiii, wo steh ich denn hier? Äh, äh. Nee, nee, sowas. Okay, jetzt aber nochmal. Eins, zwei, drei. Boah, ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, ja, ja. So, jetzt aber ganz schnell. Der Film ist noch nicht zu Ende. Wir müssen noch einen Ton noch einmal bauen. So, hast du den da nach unten. Du hast Helferin schnell. Oh, ja. Ich bin noch die Helferin. Ach, das so? So, so, den auch noch, genau. Ich wollte, ich hab vergessen, Helferin. Ich wollte, oh, das ist ja ein Tor. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Aber, hallo, Luisa, Helferin, da ist was falsch. Hier sind ja zwei Dicke und da sind zwei Kleine. Ich brauch ja jeweils einen Dicken und einen Kleinen. Kannst du das mal bitte machen? Ja, guck mal, da kann man auch hier reingucken. Genau, siehst du? Ja, guck mal, da komm ich mir so, versteck ich mich hier und sag, Achtung, der vorhackt auf. Es geht los, ja, 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 da komm ich hier durch, die Tür durch. Und sag ich nochmal, hier, guck mal, da liegt die Iggy. So, alle, okay, ich mach das mal, der Eddy macht das mal, okay, so, 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 so. Dann mach ich die auch, das sind paar Magnete drauf, auf das Iggy. Auf das Iggy ein paar Magnete, das ist auch sehr schön, ja. Guck mal, so, 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 dann kann ich hier gut drunter durchlaufen, so, so, so. So, dann mach ich die Iggy weg. Okay, warte, dann geht's jetzt hier los. Guten Tag. Ihr hört mich nicht, ich meine, ihr hört mich, aber ihr seht mich nicht. Ich bin hier, ja. Und das hier ist meine Freundin, meine große Helferin Luisa. Oh, Luisa, es hat mich erwischt. Hilf mir doch, hilf mir. Oh Gott, nein, nein, ich bin mutiert. Was ist hier los? Oh, jetzt ist der Kassi. Hallo, was ist der Angelt? Luisa Angelt, ja. Ich wollte ja eigentlich nochmal hier unserem hochverehrten Publikum das Iggy zeigen. Das ist die Luisa, Luisa, ja. Das ist die Luisa, die hilft hier immer mit. Na, meine Freunde, das ist das Iggy. War bitte ein bisschen näher ran mit der Kamera. Aber das war mein Kollege, der hier mit uns zusammen auftreten wollte. Leider hat er es nicht geschafft. Oh, es bricht hier alles gerade zusammen. Oh, 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 oh. Boi, aua, aua. Ich laufe langsam. Oh, hey, Hilfe. Hä, ne, also sowas. Also hier ist ein Chaos. Hier ist ein wirkliches Chaos. Mein ganzes, ach, mal gucken hier hinter. Ne, die Helferin hilft mir ja auch sehr gut. Meine Freundin Igitti, der hat es leider, wie gesagt, der liegt da schon so. Der ist nur tot. Ja, da sieht ein kleineres, weiteres Teil von meinem Freund Igitti. Oh Gott, Igitt, Igitt, Igitt. So, und jetzt, jetzt wollte ich mir auch mal was ganz Besonderes zeigen. Mal hier Bühne frei machen, bitte. Jetzt kommt nämlich hier was, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Ich wollte es mal gucken. Es ist der Kopfstand. Hallo, Kopfstand. Oh Mann, es tut ein bisschen weh. Oh, da sieht man wieder richtig gut. Und noch einmal. Oh. Ach. Es ist gar nicht so einfach hier mit dem Kopfstand. Naja, gut, das war der Kopfstand. Igitti, Igitt, Igitt, auch nicht gut. Und hier haben wir noch was auch zum Schieben, zum Schieben. Ich bin ja der große Schieber. Ich schiebe hier immer alles. Und das ist mein Freund. Da muss ich schlafen, dass ich da unten bin. Okay. Gut, Luisa, sagen wir denn jetzt noch Tschüss hier zu der Kamera? Luisa, wo bist du denn? Hier. Ja, komm, wir sagen mal, sag mal Tschüss hier. Guck mal hier rein mit. Tschüss. Tschüss. Tschüss.